Wir sind hier im grünen Lackkabinett, dem ersten Gästezimmer des Gästeschlosses Friedrich dem Großen. Wenn wir uns die Wände anschauen, ist das Besondere eben diese glänzenden Lackschichten auf den Holzwänden, die auch hervorragend dekoriert sind mit den Medaillons, in denen römische Imperatoren zu sehen sind. Auch das zeigt wieder die Liebe zur Antike, die Friedrich der Große hatte. Die Medaillons sind eher im frühklassizistischen Stil gehalten, ganz untypisch auch hier für dieses Schloss, da die restlichen Räume alle im französischen Rokoko ausgearbeitet sind. Aber auch hier finden wir etwas von diesem Rokoko, wenn wir uns diese Blumengölanden anschauen, die die einzelnen Medaillons miteinander verbinden. Ein weiteres Highlight und absolut in Mode zur damaligen Zeit sind diese Textilien, die wir hier sehen. Die Bespannung der Stühle, aber eben auch die Vorhänge. Und zwar handelt es sich hier um den sogenannten flammigten Taft. Das bedeutet, dass der Kettfaden vor dem Weben gefärbt wurde. Und dann wurde der Schussfaden erst eingewebt. Und somit entstand dieses flammigte, also von Flamme, Spitze, Muster, das vom Weiden sehr verwaschen aussieht und schillernd. Und von nahen sieht man dann die einzelnen Fäden. Ja, ein weiteres Highlight hier im Gästeapparat der neuen Kammern von Sanssouci ist das sogenannte große Intarsien-Kabinett. Großes Intarsien-Kabinett, sagt der Name schon. Das heißt, hier im Schloss befindet sich auch noch ein kleines Intarsien-Kabinett. Es ist ein Raum, der gänzlich aus Holz besteht. Man muss sich das so vorstellen, dass Intarsien, also man hatte eine plane Oberfläche und dann wurden diese einzelnen Intarsien eingelegt. Und hier sehen wir jetzt erstmal große Rahmen. Diese Rahmen sind miteinander verbunden durch zartes Gitterwerk. In diesen Abschnitten findet man dann Kartuschen. In den Kartuschen sind dann Musikinstrumente, aber auch Jagdinstrumente abgebildet. Diese Holzeinlege in Tarsien wurden eingefärbt, bevor man eben sie hier eingesetzt hat. Somit muss man sich vorstellen, dass es gerade zur Zeit Friedrich des Großen auch unglaublich farbig und prächtig hier aussah. Und man den Eindruck hatte, man befindet sich in einer Gartenlaube. Dieses prächtige Schloss ist aus dem Winterschlaf erwacht und hat seine Pforten wieder für Sie geöffnet. Herzlich Willkommen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020